Guten Morgen Freunde, jetzt haben wir es 2.45 Uhr und wir haben Neuschnee, gut 10 Uhr und Tag. Da rund haben wir ca. 20 Zentimeter. Schauen wir mal, wie es rum passiert. 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 Schnee auf und wieder und wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.